Hallo liebes Weib, sei gegrüßt und danke, dass du meinen Wunsch angenommen hast. Bin ich deine Prüfung, ob du dich traust, mit mir Spaß zu haben? Behalte im Hinterkopf, warum wir hier auf dieser Welt sind. Bist du cool genug, einen Film mit mir zu machen? So wie du es willst, was war noch einmal das Thema, warum wir hier auf dieser Welt sind? Danke für dein bezauberndes Lächeln. Etwas anderes, früher oder später, wenn es nicht schon so ist, kein Weib will alleinerziehend sein. Wem nützt es? Nur weil du tolerant warst? Ja, da muss ich wirklich schmunzeln. War traurig, aber warum? Ich weiß, ich bin sehr frech. Oder warum habe ich gerade dich angesprochen? Ja, warum? Ich für meinen Teil werde aus dieser weniger guten Situation kommen. Dazu wünsche ich mir, du, mein Freund, der mir Kraft gibt, Dinge zu tun, die ich alleine nicht schaffe. Für mich, warum wir hier auf dieser Welt sind. Viel Spaß mit dir. Du und ich, wir nehmen uns jetzt die Zeit zum Spielen. Wirklich, wirklich, meine ich ernst. Auf das wir ewig jung bleiben. Will ich dir zeigen? Kann ich dir zeigen? Dazu habe ich die Kraft, dazu habe ich die Macht. Nun, bist du bereit, dein größtes Geheimnis vor meiner Kamera zu sagen? Meine Forderung wird Grund sein, dass du über dich hinaus wächst. und dann will ich dein König sein. Warte nicht, wir sehen uns in Kürze. Rufe mich an. Ich melde mich, sobald ich von deinem Willen Bescheid weiß. unten im Film steht die Handynummer. Wenn du willst, auch Wärtser. Und hier ist, nimm dir die Zeit, als Freund, mich mit deiner Gegenwart zu erfreuen. Ich sage dir, das ist die Quelle des Glücks. Dann mache ich noch einen weiteren Link für dich rein. Kannst du auch beurteilen. Thema Gesundheit. Und da kommen auch Wünsche vor. Diese Wünsche. Würde ich mich freuen, wenn du das Thema annehmen würdest. Das war's dann. Der Mario. Das war's dann.